Lass mich mal flexen. Moin YouTube, ich spiele heute ein bisschen Fortnite, dies das, aber mit einem Plottwist und zwar ich habe eine Handcam. Hier der Controller ist hier, ihr seht wie der aussieht, falls manche fragen. Also ich hoffe euch gefällt das allgemeine Video selber mit der Handcam. Ich konnte es wirklich nicht besser aufnehmen, das tut mir schon mal im Voraus leid, das ganz Wichtige. Ich habe einen zweiten Channel gegründet, darauf werde ich COD-Content posten. Das Video, was ihr jetzt seht, ist zeitgleich mein erstes Video beim COD-Channel hochgeladen worden. Also falls ihr meinen COD-Channel ein bisschen abchecken wollt, es wird unten in der Bio stehen. Der Link zu meinem Channel führt dahin. Take direkt die Wall-O und über dir alles. Die, die du jetzt fightest, die haben mich rumgeschmissen. Und dann ist das nicht bescheidlich. Oh, nice. Hey, guck mal, ich denk, der ist schief oder so, Digga. Macht er da irgendwelche Sachen, Digga. Mein FAKE Renegade Raider mit Polo drauf. Digga, was für FAKE, Digga? Ich bin original Renegade Raider. Für Fortnite. Sehen die mich nicht, Digga? Keine Ahnung, finden wir gleich raus. Die wollen mich sehen. Hoffen wir mal nicht, ja. Wir haben einen Shotgun raus, lo? 130? Ja, Digga, lass uns, du hättest doch... 130, 130. Du hättest doch auch warten sollen, wir hätten einen Countdown müssen, Digga. Wir haben keinen getötet, Digga, wir hätten einen töten müssen. Ja, weil du, du, du hättest doch reinlaufen sollen erstmal. Ich hab hier keine Sniper, aber das ist eine AR. Hat er mich 180 plus gedrückt? Alter, wie ist er reingeschaut? Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Nice, straight heal, straight heal, komm mal. Splash. Nice. Danke, jetzt kannst du wieder weggehen. Doch nicht. Gehen Splasher. Aufwohnen, warte, ich kann die mitnehmen. Digga, hör, mach mit nach Käumen. Ich mach doch nichts, Digga. Du machst was. Meine Waffen nehmen sich. Hör mal drauf, die Waffen aufschieben. Ich brauch Munition, ich brauch Munition, ich hab hier alles gejobbt. Nur AR hab ich, ich brauch Pumpen, Munitionen. Wieso hat sich die ganze Zeit mein Dings da, ich hab dich die ganze Zeit auf, äh, die ganze Zeit da hat sich meine Waffe einfach gejobbt automatisch. Ja, wir lassen mal hier close landen, in so'n, close zone. Warte, ich kann ein Headshot-Snipe vielleicht. Ich muss kurz healen, warte. Headshot-Snipe. Ich hab ein Headshot-Snipe. Ja, ich mach nichts, N Warte, ich hab's nicht wegbrochen, warte, Gentle-Snipe. Ich geh jetzt nach oben, ne? Ich geh 330-Snipe. outrasdt-Snipe. Ja, warte, komm mal. Oh, ich weiß nich wie Team, geh raus, komm mal. Nein, 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 da muss irgendwo sein, ich bin entweder dumm oder blind, eins davon. Also blind bist du ja, du musst Geld bezahlen, um gerade zu sehen können, Digga. Ach Digga, ich bin blind, Digga, ich bin blind. 100? Place in, ab die Wand. 130? Nice. 180? Mit mir wird er nicht rechnen? Ich hab drei Schlüssel, was machen die? Ah, Trezorn. Lass mich mal flexen. Ohohohoho. Ohohohohoho. Bei mir 222. Ich hab Can, surtout es. oder siebzig ganz sachen kann ich nach oben fliegen ja in der luft im bush im busch im busch 100 hab ihn und fast noch stopp wenn ich das spiel immer spiele dann merke ich jetzt wieder wie viel skill man braucht um dieses spiel gut zu sehen ich bin wieder geslipet worden ich sag ihm welche zahlen die nicht mehr stimmen ja und ich bin geslipet wieder am ende ein bisschen damage bekommen 180 sag ich hab ich bis hin getroffen stark spätierst du hast 17 ich hab zwei fast 20 ab 1 lock hab einen noch hab einen tot warte ich kann mal nein ich moan shoot scheiße ey man was nervt er mich so 100 es war ein ich moan shoot hab ihn find ich im nul kriegst du heals hey das hast du jetzt nicht gemacht ich hab vergessen dass du im healen bist digga tanz tanz ich hab keinen e-mail bei uns ja ich bin offen ich bin offen ey was wirst du mit dem fünschleim du stark digga stark ja ich seh dich hier hier beim haus wenn du vor dir runterläufst ja digga was hier leute ich weiß nicht von wo ich angeschossen bin Ich glaube, das sind Büchstriche bei dir, ne? Alle, die haben Pett geplaced. Ja, ich weiß, wo der andere ist. Der One-Shot ist. Hatsch ich. Pett. So. Oh, ich bin tot. Die haben uns gepusht und haben kassiert. Und dann sind sie tot, ne? Okay. Das ist Fullbox, das ist Fullbox. Mein Gott. Habe ich. Digga, warum misse ich so oft, Digga? Ich sehe, ich höre immer... Frack. Oh, ich habe noch nicht was an. Get clapped, boy. 10 heißt der. Und jetzt 50 nochmal. Oh, ich bin One-Shot. Ich bin einer weniger. Ich pickaxe, Digga. Ich pick dich. Habe ich gepickaxed. Bei mir sieht gerade nicht so gesund aus. Finde ganz ehrlich. Aber einer ist tot. Einer ist tot von denen. Oh, ich habe nicht gepackt. Oh, ich habe nicht gepackt. Oh, ich habe nicht gepackt. 100. 4K. Siehst du das? Das ist da. Du hast gleich sein. Nice. Was hat er sich dabei gedacht, ey? Komm, Pana. Guter Call. Guter Call, Pana. Guter Call. Ah, mein Nacko. Hilf mir, Pana. Nein. Das ist in der Toilette, Digga. Ey, Pana. Welcher Mensch versteckt sich in der Toilette, Digga? Er wird da nicht rauslaufen. Pana. Ja. Du hast 43 AP, ne? Musst mir nicht erklären, wie das klappen soll. Die haben getradet. Die haben getradet. Das ist perfekt. Gibt jemanden, komm, der in seine Wand gehört, Digga. Oh nein, der ist E-Sportler in der Jeep da unten. R1 Hypex. Ich komme dich hier in. Use direkt Big Pods und so. Ich komme dich Green Life geben. Ich kann dir auch Munition und so geben, wenn du willst. Er kommt von hier, von meinem Weg. Komm nach hinten. Mach Platz, mach Platz, mach Platz. Ich habe alles geclaimed. Warte, lass uns das poppen. Dann toppumpen wir ihn gleich. Jetzt die hier. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Er ist noch mal minus 20. Minus 30 nochmal. Point. Kennt ihr die TikTok Clubs, wo die Leute One-O-Ons machen? Die hast du gerade gegeben. Wo die One-O-Ons machen, Digga. Und dann einen töten, Digga. Das ist so ein Has, Digga. Ich brenne ihn nieder. Ich werde ihn brennen nieder. Ich werde ihn umbringen, Digga. Ich werde ihn umbringen, Digga. Und dann verdreht er. Keine... Oh, mein Gott, hab ich geflickt. Dach, Digga. Leg dich hin. Guck mal, er hat Line-Up gemacht da oben. Er fliegt. Ich snap ihn in der Luft. Er tötet ihn. Guck mal, Pala. Wir reden. Karbonat? Machen Spaß. Acht Kills, Digga. Typisch hat es dir eh nicht geschaut. Da bohrt sich die ganze Zeit ein, aber nicht schlecht. Ey guck mal, das war ein quickes Handcam Video. Die Handcam war zwar nicht on point die ganze Zeit, weil ich mich, ich müsste mich dann irgendwie so komisch halten. Das ging nicht. Aber war trotzdem ein stabiles Video. Vergesst nicht meinen Twitch zu folgen, meinen Instagram und meinen Twitter. Ich bedanke mich, küsst eure Herzen alle. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.